Israel melde Tod des Hamas-Regierungschefs bei Angriff in Gaza Die Hamas hat den Tod ihres Regierungschefs in Gaza, Raui Mushtaha, bestätigt und schwört Rache für seine Eliminierung durch die israelische Armee. Mushtaha galt als wichtige Figur innerhalb der Hamas und war maßgeblich an der Organisation von Kampfeinsätzen und der Verwaltung der Finanzen beteiligt. Die israelische Armee hat in den vergangenen Tagen mehrere hochrangige Mitglieder der Hamas ausgeschaltet. Darunter auch Mushtaha. Diese gezielten Angriffe auf Führungsfiguren der Miliz sind Teil der anhaltenden Auseinandersetzungen zwischen Israel und der Hamas im Gaza-Streifen. Die Hamas hat angekündigt, auf den Tod ihres Regierungschefs mit Vergeltungsmaßnahmen zu reagieren und schwört, den Kampf gegen Israel fortzusetzen. Die Spannungen in der Region bleiben damit weiterhin hoch, während die internationale Gemeinschaft um Deeskalation und eine friedliche Lösung bemüht ist. Die Spannungen in der Region sind in der Region verbunden.